Ähhhhhh Oh aktuell sind keine Einsätze Ja dann würde ich nach Attira und dann ähh ne Blaufuchs suchen Und denken sie dran, jedes Polizeiauto anhalten was vor, unter und über und unter Ja die haben aber ne neue Lackierung, ich weiß nicht wie die aussehen Ja ich denke mal Polizei steht drauf, wa? Trotz ist erledigt, danke Hä? Ja aber es kam, es kam noch gar keiner rein Ja nicht wenn wir tot waren wahrscheinlich, achso Ich guck mal, mein Set geht nicht Oh da hört irgendwas geschrieben aus, wenn ich dann schon bekommen Ich bin mal wieder in Alpha Ja oder ne schönen Abend noch Ja Man hört sich Ja Vielleicht beim Funken nächstes Mal, wenns dann klappt Das Problem, dass meine Tastatur manchmal in Arma nicht funktioniert Dann muss ich das Spiel minimieren wieder öfter und dann geht sie wieder Ja, das ist normal Stange, beim Laptop hatte ich das Problem nicht Oh ich hab das Gefühl uns folgt da wat Ei, hoge sie runter, peng peng Abkürzung Oh doch nicht Abkürzung Doch Abkürzung Ja aber was ist wenn just in diesem Moment ein Polizeiauto durch ne Todeskurve fährt Ach, wir würden niemals machen Also ich würde da rumfahren, weil ich die Abkürzung nie immer verkackt Äh, nie verkackt Ähm Ich aber auch nicht Äh, Moment Einsatzleitung für Alpha kommen Psst Was redet wir da denn? Ja hört sie, kommen Dich ist ein Testfunk, kann man mich klar und deutlich verstehen, komm Psst Ja Natürlich würde das noch besser gehen, wenn sie ihr Gebiss drin haben Äh, komm Psst Kommen Genau Äh, die hat ja das Gebiss Das Gebiss hab ich irgendwo hingelegt und jetzt will ich dort nicht wiederkommen Psst Ja, dann müssen sie so einen Schlüsselanhänger ranmachen, der piept wenn das Ding irgendwie runterfällt oder so weit Irgendwie auf dem Boot liegt Wissen sie, was ich meine? Kommen Oh, ich glaube den Schlüsselanhänger in den Bund packen Komm Nicht ganz so Also, ich habe jetzt den Schlüsselanhänger, verstehe ich glaube ich kann es besser kommen Psst Ne 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 Ich glaube, er muss sich erstmal wieder anfangen Ne Ne Also soll ich den Schlüsselanhänger wieder raus sehen, komm Psst 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 Ja Psst Werd ihr jetzt besser, komm Psst Ja, deutlich besser ... Gut dann sag ich jetzt mal Einasseitung, Ende, Ende sag mal wo sind denn die polizei sind die ausgestorben dem stück ist eine bedrohte art also die fünf die da waren wollten nach der tirale ja kommen sind sie gerade in kawalla kommen ja gucken sie doch auf ihr gps kommen ja aber da mal eine andere frage befinden sich am markplatz polizisten kommen das weiß ich nicht ich muss mich gerade neu einkneiden schauen sie ob am markplatz polizisten sind und dann melden sie sich noch mal kommen ja so verstanden du typ die kleinen büschel sind tödlich aber die großen da können sie durchfahren das sieht bestimmt in der aufnahme gut aus ja das sieht sehr gut aus und vor allem man kann es mit 60 fps genießen schmacko kann man bei mir an sich ja auch ich habe auch konstant 50 nur eben standbilder da kommen wir nicht hinterher aber die fahre bestimmt mit einem sondereinsatz wahrscheinlich ja die haben blaulicht abdrehen abdrehen da sind wahrscheinlich alle achte in diesen komischen dingen da passen in den strider acht leute rein ich weiß nicht wie viele da reinpassen ich auch nicht ist lange her als ich so ein ding mal gefahren hab ich bin das ding noch nie gefahren ich bin es tatsächlich schon mal gefahren auch den gibt es bewaffnet auch bewaffnet also das ist noch ein stück ne ich glaube in den strider passen nur vier leute rein war das hier schon ne ich glaube fünf äh äh von hier los lol die sind schon länger da bausteller ist der gar nicht mehr der markplatz artierer ne oh äh gibt es den artierern gar keinen markplatz mehr ne gibt es nicht nein wird umgebaut kann man artierer überhaupt noch spawnen ja aber das war noch eine garage das ist ja ein ding dann gucken wir uns mal an ob hier richtig gearbeitet wird du 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 äh ich werde immer mal ach so du bist das telefon das telefon funktioniert nicht so und ich auch so komisch nass Herr Gator ja ich glaub wenn sie das nächste mal streamen sollten sie ein ankündigungsvideo auf youtube machen bap ja ja einfach so das erste mal einfach auf twitter statt auf youtube ist natürlich praktisch blöd wo ist eigentlich martin wenn ich mit ihm los äh der erste ist connected sag mal was hat denn der eigentlich vor das frage ich mich auch ja gut da hatte ich ja mal keine markierte landefläche war sorry ähm wir gehen weg aber wir können zu einer markierten landefläche machen haben sie eine sprühdose bei ach denn nicht wer nicht will der hat schon sag ich immer ja aber du willst was aus mir oder fahrer wieder zurück nach kawalla bree bree ich will fahren auch vielleicht er hebt das ja er macht schon wieder pause ja gewerkliche pause naja wenn sie schon mal pause machen kontrollieren sie mal den auspuff geht nicht Moment ich tue das nicht so kontrollieren sie mal den auspuff sieht gut aus ja doch sieht gut aus wie die kache immer so hoch springt aua pst äh THW Einsatzleitung von für ein halt alpha komm ich will ja dann machen sie pst Einsatzleitung hört komm pst keine polizei am markplatz komm pst oi das hat die Einsatzleitung so verstanden komm pst äh noch ne frage wer hat den support container denn hier so blöde hingestellt komm ich nicht pst äh oi das ist ne gute frage komm pst 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 ja so ja so verstanden der ist weg das hab ich gemerkt pst 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 belegen kannst weil ich auf die taste game drücke leuchtet hier eine rote lampe mit game das ist ja toll ein tolles feature ich muss beim bälder mal eine neue tastatur kaufen vielleicht funktioniert er dennoch die tasten hier in a mal wieder beim laptop habe ich nie das problem buch picture presse irgendwas not found schaffst du es auf dem kopf? ne ich schaff es nicht das wollte ich auch gar nicht hier es gibt neue geräusche in a mal hörst du die reifen quietschen wenn man so driftet oder kurz bremst ja das hat man aber immer gehabt echt? das ist mir noch nie aufgefallen das ist nicht neu aber es gibt tatsächlich einige neue zones ja bei cross die polizei oh die polizei halt die polizei an stopp stehen bleiben mach blaulicht dann hinterher äh die karre fährt nur noch 106 weil die reifen auf geld sind wir haben sie verloren äh gelter warum gucken sie nicht nach hinten? ja was soll ich denn nach hinten gucken? ich kann nicht nach hinten gucken da müssen sie die luke schließen seh ich nicht hinten ist nischt egal die werden wohl mit sicherheit irgendein ziel haben und nicht weit kommen schätze ich da sind sie oder? ja da sind sie hallo wir haben eine wichtige frage die haben wir tatsächlich stellen sie frage bitte schnell wir sind auf einsatz ja äh wie war die frage äh ist die frau blaufuchs an bord oder wissen sie wo man die finden konnte? boah da hab ich auf einem stück hier eine auskunft stehen? äh tut mir leid ne Moment sprich du sie haben haben sie mich grad eingespült? schreibt man auskunft mit v äh ja nein man schreibt es nicht mit v wir müssen weiter doch dann hab ich den feind geschrieben freien mich mit den nach tschüss war nicht nett bedienen ja wir sehen uns bestimmt dann mal ich das nach das ist ja sehr nett wo war die frau blaufuchs? war doch nicht gesorgt wie nett der typ war meine fresse da ist wieder die polizei in einsatz da stand aber auskunft nach so ein t-shirt zwar mit VGV aber da stand auskunft wollen wir die karre grad mal reparieren? denn da brauchen wir nicht guck mal mit schnellen Autos braucht man Unfälle hat man ja gesehen mit langen Autos nicht also vielleicht war die mal langsam guck mal Goldhand ist auch als THW äh na ist der im Pausenraum? ja der ist wahrscheinlich immer noch auf K der soll disconnecten ah das ist der vierte Mann den ich vorhin gesucht hab wenn man auf K ist soll man disconnecten ok Abkürzung oh die packst du nicht 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 da kommt was die packst du nicht doch doch guck mal das war das erste mal dass ich die geschafft hab doch ist das nicht geschafft ok jetzt hast du oh du Typ ey die Reifen sind gelb ne? ja man hört dass die einen Platten haben au du fährst doch nur noch 106 mach mal das Funkfeuer aus warum geht mir grad irgendwie auf den Sack nervt das? gut hab ich ausgemacht jetzt hast du das andere auch noch schlimmere angemacht außerdem müssen wir beide jetzt an Funkfeuer aus an aus ja an aus au du kannst auslassen ich weiß wie es aus aussieht äh an aussieht oh wir fangen jetzt 130 ok bereit für den mega jump au 2 halt sie sich fest sind sie auch tot? ich bin tot ich hab überlebt da war so ein kleiner mini Busch wieso haben sie überlebt? ja ich immer überlebe das weißt du noch ins 50 da war so ein scheiß kleiner Busch ich hab übrigens grad 60 FPS hm ich hoffe nicht immer noch 60 und ich hab alles auf Ultra 30 hab alles auf niedrig so man musste grad mal schauen wie man hier überhaupt hier wehe wie man hier repariert äh wie man wie man Leute verarztet und sowas meine Windows-Taste sind nicht schon so lange her ärgerlich hört mich an kurz wenn ich du wär in der Zeit zeig ich nochmal meine Grafikeinstellungen ultra 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 hoch ultra ultra äh ziemlich weit hinten standard ultra sehr hoch wie er sich freut weißt du 60 FPS oh das bin ich halt nicht gewohnt wa das ist neu dafür funktioniert dein Ton nicht Stimmt aber da kann man drüber hinwegsehen finde ich überhaupt nicht Ton ist mir das Wichtigste würde mich ankotzen würde ich nicht lange aushalten würde Windows neu aufsetzen ich sag dich ja nur drüber hinwegsehen was macht man bei Ton das ist ja das gleiche wie tolerieren was macht man bei Ton bei Ton hört man drüber weg und sieht man nicht drüber weg also man kann drüber weg sehen aber nicht über weg hören mich kotzt mich kotzt das hier auch an das runtergepegelt wenn sobald einer anfängt zu reden also setz ich Windows neu auf ja muss ich denn nochmal wieder Alice Dei installieren ähm du hast 2 Festplatten äh nein wenn du Steam und die Spiele auf eine andere Festplatte installiert hast dann eigentlich nicht wobei Steam sollte man wahrscheinlich noch auf C lassen aber die Spiele kannst du einfach einbinden alles auf C das ist überhaupt nicht gut wenn du alles auf C ballerst deswegen hab ich da ja auch kein Speicherplatz da ist nur einer von euch gestorben oder? ja Problem ist er kann seine Windows-Taste nicht benutzen das stimmt das Gute ist Peters also der andere einfach für Einsatzleitung pst äh ja hört sie ich bräuchte mal ihre Hilfe an meiner Position äh die ist bei 0 5 8 1 4 8 aber das wissen sie ja ich hab ein Problem mit meinem Windows-Tasten Muskel komm pst ja so verstanden ich bin unterwegs komm aber nicht Prio sondern Express komm ja ja komm gut äh äh überzeugt nochmal ja Einsatzleitung Ende Einsatzleitung Ende oder Einsatzleitung Gans kannst du auch sagen oder oder Vogel ich reparier inzwischen das Auto mit Windows ne mal aber ernst Alter was ist das für der Scheiße liegt das an der Tastatur oder an Armour? glaub's liegt an Armour ja aber ich hatte bei meinem Laptop doch die dazu ja das ne das liegt an Armour weil äh ich schätze mal die Einstellungen vom äh ach ne vom Modded Server hast du die? du musst auf jeden Fall die Windows-Taste freibuddeln ich habe die ich habe keine Mods installiert dann musst du mal die Windows-Taste freibuddeln schauen das ist nichts oi das war wirklich Express wo haben sie dort Express denn ausgegraben? wieso? ja weil ich dachte wir haben war das so schnell ja das war Express ich dachte wir haben doch Prio ja ich habe auch Express Prio ist übrigens neuer äh neue Versandart bei der Deutschen Post achso das kann man da machen er ist gefahren nicht ich bitten sie sich mal rein und wir ziehen sie mal mein Fahrzeug an äh das müsste gehen ist er mit dem Tanker unterwegs? äh äh ha ich bin da nicht gefahren Er ist gefahren da ist ne Lüge er hat mich extra nicht auf dem Fahrag gelassen er ist gefahren was denn meine windows taste geht wieder jetzt geht sie jetzt geht sie nicht jetzt geht sie jetzt geht sie nicht also wenn ich auf die taste an meiner tastatur drücke wo game draufsteht funktioniert die windows taste nicht ah dann ist das wahrscheinlich so ein game mode dass du halt nicht auf aus versehen auf die taste kommst wahrscheinlich alter 4 geht auch nicht oder so ich will mir vorstellen also richtig sachen die abpacken jetzt funktioniert stimmt wenn ich bei crossout auf die windows taste kommen dann öffnet sich das windows menü das müsste ich vielleicht mal probieren moment kurz speichern das ist jetzt aber ganz schlecht wie ging das hier überhaupt bei diesen hier ein tempest gerät metall schmelze ich finde es doof dass die emojis hier so ultra weit weg sind und nicht einfach auf eins zwei drei vier hallo ja ich habe sie nicht gerufen ich weiß nicht was sie wollen guten tag hallo mein name ist mikey von berth hallo herr von berth schüben und das gefährlich mein name der g gefährlich ha ich hab doch gesagt wir sehen uns heute noch ja ich habe gesagt ich hoffe nicht ne ja das hat er gesagt ja aber warum ich hoffe ich die regel wo sie noch um kreis mehr da brauchst du auch in in jedem den die denn die meiner wüssten wird die grüte mehr männer der dritte ist hat ja kein problem wenn ich mehr da aus der der herr der kennt mich den kenn ich auch der hat auch bestimmt nicht ich brauche das ding noch ich muss noch was machen ich muss noch was erledigen aber wir würden sie ja nur kurz ausleihen der wofür denn eine probefahrt eine probefahrt eine prio probefahrt die dauert zwei bis drei tage geht nicht hätten sie gesagt zwei bis drei minuten dann wäre das wahrscheinlich kein problem gewesen aber das wäre ja auch ich das wäre ja express aber express gibt bei uns nicht nur prio fahrzeug was wir da fahren das ist nicht mein fahrzeug und es ist auch wunderschön was soll denn gegen die kleine frigote ich weiß nicht der hat meiner meinung nach manöver zu wenig zu beendet die Stadt der Kapazität die Uhr die Ladekörpersie hier aber dafür ist die auf die Karte die Nachricht der dort die Beine von den Fallen enthalten soll der Tälje nicht durch die Welt der weil ich bin mit dem er hat die Denkungen mit der Abo vieler die Bühne bei der Ausweisung bitte er hat er nicht nur wieder er hat sich die Schuhe zu genau da und hier ist Schatten hier brennt die Sonne nicht so auf den Kopf Herr gefährlich! Oh, das klingt aber gefährlich wie jung! Der Klettverschluss ist zu! Wir müssen los, wir haben Einsatz! Oh, er hat sich den Klettverschluss zugemacht, sehr praktisch! Keine gute Fahrt, würde ich sagen! Was ist hier eigentlich geladen, sag mal? Weiß ich nicht! Fahr nur eine Runde hier rum, wenn er kaputt geht, ne, das ist richtig viele Millionen, die du zahlen musst. Ich glaube 10 oder so. Alter! Das ist jetzt eglisch! Äh! Leul! Habt ihr das gar nicht gesehen?! Hahahaha! Ich glaub, ich glaube, sie sind gerade rausgezogen, ne? Da ist grad ne Offloader hochgeflogen! Oh Gott! Oh Gott! Ich glaub kein Einsatz! Hahahaha! Hahahaha! Leul, das hab ich nicht gesehen, verdammt! Der Offloader ist grad 100 Meter oder so hochgeflogen! Hahahaha! Ich hab ihn auch gesehen! Hahahaha! Leul, ich hab's verpasst wie Scheiße! Äh! Irgendwie... Einsatzt! 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 Schönen Tag noch! das auto steht da hinten hätte können sie sich ausmalen was da passiert ist du beleben sie wieder ich sperre ab ja ich sperr ab und sie beleben wieder gut wo war denn hier nochmal diese moment so abgesperrt aber hier vorne moment der herr da unten hat ja zeit mein name ist meike von bert ich bin von thw dort haben sie aber meinen ausweis guten tag bert wissen sie ob der herr guten flug hatte ja ich glaub schon das sah ganz sportlich aus mit dem auto da das ist einigermaßen glückflogen erst habe ich gedacht ich seh nicht nur erinnern dass er mich hinten drauf gefahren ist wo ist er kann abgehoben guten tag so geht sie gut ich sehe sie haben nur eine kleine stelle ankommen ich mach da mal kurz ein flasch da drauf das ist sehr sehr nett so und tschak so oh ihr auto das äh ja äh nachdem das klärt die versicherung nachdem das wieder heil auf dem boden aufgekommen ist sieht das nicht mehr ganz so aus wie ein auto hat sie denn wenigst kunstflug gehabt ja das war ein kunstflug würde ich sagen boah ich hab's gesehen ich glaube der fahrer hat es aufgehoben geklaut ich glaube der fülle durch der versuche alles zu verfahren oh der soll er mal lassen hör mal Mike geh nimm mal deinen defi hier weg mein defi liegt hier hä mein defi liegt hier ja der liegt auf der straße ja und was soll er jetzt da runter nehmen warum oh ich kann Polen wieder geöffnet werden der Kegel das ist der professionelle Absicherung immer weiterfahren immer weiterfahren noch ein stück und noch ein stück und noch ein stück und noch ein stück und weiter und noch ein stück und noch ein stück immer weiterfahren immer weiterfahren Noch ein Stück, noch ein Stück, immer weiter fahren, fahren sie immer weiter, immer weiter fahren. Sie haben eine kaputte Scheibe, die sollten sie mal reparieren lassen. Immer weiter fahren, weiter fahren, fahren sie immer weiter. Oh, jetzt kann ich runter hier von der Straße. Einer muss hier doch den Verkehr regeln. Hier ist eine gerade Straße, hier musst du nichts regeln. Hier fahren sie einfach auf der Fahrbahn und gut ist. Akkoll. Oh. Ist sie tot? Nein. Hä, ich war noch nicht mal schnell. Wie? Wo bist du? Ich muss erstmal das Auto reparieren. Irritäten. Ändert.